Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. Sprachfehler. So, wir haben uns letzte Folge einen richtig fetten, fetten Rucksack besorgt und haben auch, warte mal kurz, so, besser, und haben auch mal etwas weiter als die nähere Umgebung von der Halbinsel uns angeschaut. Ähm, ja, habe ich jetzt schon geschlafen? Ich habe noch gar nicht geschlafen. Und ich habe auch noch gar nicht meine Sachen repariert. Dann gucken wir das doch mal als erstes nach. So, reparieren und schlafen. Da ich aber nicht weiß, wie viel wir schlafen müssen und wie viel wir reparieren müssen, Step by Step. Gut, was steht heute an? Das weiß ich nicht. Ich dachte mir, ich lasse mich einfach mal so ein bisschen reinfallen und gucke mal, was ich machen will. und, ja, ohne großen Plan. Aber es geht auf jeden Fall in die Welt nach draußen. So, wir müssen noch ein bisschen reparieren. Und noch mal eine Runde schlafen. Ich würde sagen, wir haben ja Essen schon vorbereitet gehabt. Wir haben zwar jetzt auch ganz viel, was wir, ähm, theoretisch verkaufen können und, 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 aber Nee, kein Bock. Gar kein Bock. Wir gehen jetzt und schauen uns draußen noch ein bisschen um. So, die Handschuhe funktionieren ganz gut. Die benutzen wir weiter. Beide brauche ich jetzt nicht. Denn Brögen habe ich... Ah, ich weiß wieder, was ich wollte. Mensch. Ich wollte Richtung Berg zurück. Äh, Konfluxgebirge. So, da brauchen wir nur noch ein paar Sachen für. Nämlich. Die können wir gebrauchen. Davon können wir fünf gebrauchen. Äh, davon können wir auch zwei gebrauchen. Na, da nehmen drei. Haben wir noch einen Mahl, einen Heiltrank? Ja, Heiltrank haben wir auch. So, und jetzt wird Sklade knapp. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was wir mitnehmen wollen. Äh, ich würde sagen, wir nehmen noch Feuerlappen mit, ne? Vier Stück. So, und ein Gegengift. Zwei. Jetzt haben wir alles, oder? Wollen wir noch was? Trinken wollen wir unten. Essen haben wir. Ja, wir haben alles. Kommen wir los! Oh, mein wunderschöner Sonnenaufgang. Wieso häufig? Die Temperatur ist neutral, das ist auch schön. Nicht heiß, ist nicht kalt. Ist nicht neblig, ist nicht regnerisch. Die will ich haben, die Rüstung. Oh, ich muss noch was umstellen. Mist. Sekunde. Hatte vergessen, die Cam wieder hochzusetzen. War noch vorhin aus der Skyrim-Aufnahme gestartet. Da ist die Cam ja immer unten. Aber hier verdeckt das ja leider einige Skill... Äh, äh, einige Skills und Actionbars. Wenn wir's machen. So. Noch ein bisschen Wasser einsammeln. Und auch einen Schluck Wasser trinken. Und dann kann's aufgehen. Ja, Konfluxgebirge ist das Ziel. Wir waren da ja so auf etwa Halbzeit angekommen. Mittlere Ebene. So eine Flachebene. Und wollten dann dort weiter hochklettern. Schauen, was uns so alles auf dem... Oder... Ja, auf dem Weg, den... Das Konfluxgebirge hoch erwartet. Rein noch nicht. Hm, erst mal das Umland. Erst das Umland, dann... Oder? Ja, mal gucken. Entscheiden wir uns spontan. Wenn wir spontan uns entscheiden, reinzugehen, dann gehen wir rein. Wenn nicht, dann bleiben wir draußen. Müssen wir uns nicht festlegen für ne ganze Folge hier. Hm. Die Beeren nehm ich aber mit. Lecker. Schön leckere Beerenmarmelade kann man daraus machen. Und dann Stullen schmieren. Kaufen die Dorfbewohner immer so gern ab. Das hört sich jetzt fast so an wie bei... Wie heißen nochmal diese Spiele? Harvest Moon und Stardew Valley oder so. Sind das nicht so... So Farming Games, wo man dann auch den Dorfbewohnern immer Sachen bringt? Habst du leider beide nicht. Ich hab nur immer davon gehört. Wie darüber geredet wurde. Ah. Das kann mal so ein bisschen die Umgebung auf mich wirken. Ne? Gerade auch das hier. Ist auf jeden Fall besseres Wetter im Spiel als, äh, draußen. Bei uns hat's gestern, beziehungsweise heute, also gestern von jetzt, heute zu jetzt. Macht das Sinn? Das macht gar keinen Sinn. Äh, gestern Donnerstag, so viel geschüttet. Ich hatte einen Eimer draußen stehen. Ein Zehntelte Eimer. Der war voll. Der war einfach voll. Und die sind ja nicht groß. Also die haben ja nicht viel, viel Fläche. Aber so viel... Unglaublich. Oder er war schon ein paar Tage draußen. Das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen. Er war auf jeden Fall... Nicht so am Überquillen voll, aber... Voll. So. Sind wir jetzt so richtig? Ja, ne? Ja. Lila Boden zeigt den Weg an. Wenn der Boden lila wird, wissen wir, das Konfluxgebirge ist nicht weit. Da oben, wo die Dinger da sind. Diese Kringel. Diese Donuts. Mh, Donuts. So. Augen offen halten. Nicht, dass hier irgendwas Mächtiges auf uns wartet. Und dann auf einmal aus dem Leben prügelt. Da war ja einmal dieses... Wie gesagt, ich meine, es ist der Wendigo. Und es ist ja noch der dunkle Vogel unterwegs. Die zwei könnten mir richtig Ärger bereiten. Denn da bin ich noch nicht drauf vorbereitet, gegen die zu kämpfen. Mental. Ob ich es in der Verfassung her schaffe? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, ich bin da noch nicht stark genug für. Und äh... Mental auch nicht. Von daher... Übervorzugt kann er mir vorerst gestorben bleiben. Der Wendigo und der dunkle Vogel. So. Jetzt sind wir schon beim Konfluxgebirge angekommen. Und können... Okay, das ist noch ein ziemlich weiter Weg, bis wir auf der Mittelstation sind, sage ich einfach mal. Immer hier noch das Türchen durchschreiten. Und dann ist es, glaube ich, nur noch ein... Mittelausdauerbalken. Ist halt sehr weitläufig, ne? Wir bräuchten am besten noch irgendwas, das uns ein bisschen schneller macht. Und auch die Ausdauerkosten verringert. Dann wird das, glaube ich, nicht so mies sein. Die Banditen aus der letzten Folge, die wir noch weggekloppt haben. Und die Hyäne. Und jetzt sind wir, glaube ich, da, wo wir noch alles eingesammelt haben, aber nicht weitergelaufen sind. Genau. So, dann können wir hier wieder hoch. So. Dann gehen wir erstmal den Berg weiter nach oben. Ich meine, auf der Spitze war auch was ganz Besonderes. Alle Gegner? Keine Gegner. Aber wieder so ein Knödel hier. So ein Bodenknödel, so ein Turmmip. Musik kündigt gefühlt ein Gegner an. Kann man eigentlich auch über die Dinger da laufen? Hm. Ich weiß, dass ich irgendwo hier immer häufiger runtergefallen bin, weil ich dachte, man könnte da lang. Mit dem Mana-Stein. Kies-Käfer, schön. Wenn wir noch mehr Kies-Käfer finden, können wir bald die ersten Heiltränke machen. Das ist ein Eisenschrott und wieder so eine Rübe. Nennen sie jetzt einfach mal Rüben, weil für mich haben die sehr viel Ähnlichkeit mit Rüben. Sie haben einen großen Strauch und eine fette Knolle, die im Boden wächst. So, da geht's weiter hoch. Und gehen wir erst weiter hoch. Oh, ein Vogelnest. Ein Perl-Vogelnest. Wir sind verdächtig wenig Gegner. Und soweit ich das beurteilen kann, sind wir gleich oben angekommen. Denk ich mal, würden wir am besten mal ein bisschen langsamer gehen, dass der Ausdauerbalken noch voll ist. Nicht, dass da gleich direkt ein Gegner auf uns wartet. Akmanit. Yes. Das ist ein Skelett. Die Mitte ist mir zu suspekt. Bewegt sich, ne? Das ist ein Gegner. Okay. Hm, 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 hm. Versuchen wir es. So. Rucksack einmal kurz hier ablegen. Wow. Fettes Viech, fettes Viech, fettes Viech. Los, jetzt. Warte. Nein. Oh. Okay. Oh. Schweine gehabt. Steinmantis. Steinmantis. Mit Mantis, Granit und Larvenei. Gut. Was haben wir jetzt freigekämpft? Ein seltsam rostiges Schwert. Ein Fettfarn. Und ein Mana-Stein. Oder gucken wir uns das seltsam rostiges Schwert mal an. Kommandant befahl, ein Schwert zu machen, das einem König zu Ehren gereicht würde. Er macht 22 Schaden, 17 Wuch, 1 Angriffgeschwindigkeit. Naja. Geht, ne? Wie sieht's aus? Naja. Vielleicht kann man den Rost ja abmachen. Gut. Ja. Dann haben wir schon mal das erste kleine Ziel hier erreicht. Ein dickes Viech hier kaputt schlagen. Ein Rockmantis. Weißt du Rockmantis? Ich glaube schon. Ja, dann schauen wir uns nochmal die Nebengänge an von dem Konfluxgebirge hier. Und, äh, wir haben noch so wenig gemacht erst. Dann würde ich sagen, gehen wir sonst auch mal rein. Ne? War nicht sogar hier der Punkt, wo man Mana sich holen konnte? Ja, hier war der Punkt, wo man Mana sich holen konnte. Irgendwo. Noch ein Kieskäfer. Schön. Hier geht's weit runter. Aber ich glaube, man kommt hier dann nicht mehr sicher unten an. Also. Rechen wir um. Ich meine, das war so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, dann. Seilgänge checken, ne? Und mal wieder viel gelaufe. Ach ja, ich hatte in Skyrim heute, äh, Mittag schon erzählt. Beziehungsweise. Für mich vor, vor 20 Minuten. Circa. Ich hab jetzt mir die, äh, Modifikation für Diablo 1 geholt. Und mir die angeguckt. Da sind sau viele Quality of Life Changes drin. Meine Herren. Also bei Dark Lordash kann man sich das angucken. Das heißt, glaube ich, die Disturbing Story of Diablo 1. Und dort zeigt er einmal die Story halt mit allen, äh, aus dem Spiel entfernten, die nicht mit ins Hauptspiel, äh, es nicht mit ins Hauptspiel geschafft haben, Inhalten. Alle Quest. Und hat aber auch einen Link zu der, äh, zu den Modifikationen. Muss man sich nur ein bisschen, äh, hin und her klicken und dann findet man das eigentlich relativ gut. Ja. Ja. Man hat zum Beispiel auch ein, äh, ich weiß nicht, ob jemand von euch Diablo 1 gespielt hat, aber man hatte in Diablo 1 keinen, keine Truhe. Man hatte nur sein Inventar. Und da wird einer eingefügt. Das allein schon, heldenhafter Pfad. Das allein schon eine ziemliche, äh, Besserung, sag ich mal. In jeder Stadt findest du Gastwirte, die du nach Informationen und dem Weg fragen kannst, haben wir schon gelesen. Boah, das ist ein Gegner. Was macht denn dieser eine Deba 4? Schlagfestigkeit ist reduziert. Oh, guck mal, ist weggegangen. Gut, dann würde ich sagen, ich glaub, den kriegen wir ohne Feuerlappen hin. Es krabbelt hier. Ah, das da vorne, das ist am Blitzen. Kann man uns wohl hinter den anschleichen? Sieht gut aus. Er hat zwar uns einmal getroffen, aber wir haben sie kaputt gemacht, die Eishexe. Wunderbar. So, was haben wir hier? Den improvisierten Schlafsack, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Der war doch auch. Laterne des Erkunders. Äh. Uppala. Uppala. Die macht mehr Licht. Die macht viel mehr Licht. Perfekt. Dann. Sehen wir jetzt um einiges besser. So, wie lange hält denn noch dieser Debuff an? 39 Sekunden. Dann würde ich sagen, warten wir die doch nochmal ab. So, haben wir irgendwas bedeutsames gefunden? Nein, ne? Was klopft sich da unten? Spitztag hat nicht mehr viel Haltbarkeit. Okay. So. Ich würde sagen, der Punkt hier eignet sich hervorragend als Thumbnail. Dann machen wir das doch mal eben fertig. Haben wir das auch schon mal hinter uns? Ja. Auf in die Tiefen! Werden wir uns Omelette noch futtern, wenn wir sowieso in dem Berg drin sind? Okay. Da vorne ist was Grünes. Das ist trock Lütsch. Und da ist noch was Rotes. Wenn wir Glück haben, kommt der Rote Rote nicht hier hin. Aber der Grüne geht auch wieder weg. Habe ich noch diese Splittergranate? Nein. Mist. Ich muss einfach hoffen, dass da da ist eine Druckplatte. Ich muss die einmal auseinanderziehen. Dann einen schnell wegmachen. Und wenn er weg ist, hoffen, dass der andere nicht gleich mitkommt. So, komm näher ran. Komm schon. Komm, schneller. Oh, das passt immer so schlecht. Hörst du mich? Komm. Huah. Hui. Hä? 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 Okay, ich habe eine Pilzhelle gefunden wir waren immer so ein bisschen vorsichtig sein eine gepolsterte Rüstung oh, das hört sich gut an Kunde die hat 9 zu 8 15 Eis, 13 Schlagfest viel bessere Schlagfest, ich habe aber keinen Beutelbonus das ist erstmal egal, oder? ich würde sagen, die nehmen wir Beutelübergewicht naja, komm, dann packen wir das hier in den Rucksack so, jetzt halten wir ein bisschen mehr aus wunderbar so, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang da ist eine Falle ich muss ein bisschen mehr aufpassen da ist eine Falle oh, die Gute ist das dunkel da ist eine man kann hier durch so einen Schlitz gucken na toll komm wir hier durch kann von nicht geöffnet werden ach, da ist der ja, okay, ich bin von der falschen Seite alles klar dann sind wir hier falsch aber dann wissen wir schon mal dass von hier keiner in den Rücken fallen kann schön oh vorsichtig ja, da will ich jetzt nicht runterspringen dann kann ich ja nicht mehr wirklich fliehen gehen wir auf die andere Seite Moment oh, Silber ganz viele Schalter eine Falle hier geht's hoch hier geht's runter dann gehen wir erstmal nicht runter denn hier kann uns nichts in den Rücken fallen aber hier kann uns was entgegenkommen okay wo geht's da hin den kennen wir doch schon und dann gehen wir dann gehen wir Komm her. Was ist das? Das ist ja widerlich. Die haben mich mit irgendwas angespuckt. Okay. Ein komisches Fliegeding. Oh. Einfach ohne Verluste. Ohne Verluste. Ohne Rücksicht auf Verluste drauf. Arkan ist elementar. Sechs Warnstein. Junge. Holy moly. Okay. Bin angespannt. Habe ich mich jetzt erschrocken. Sollte ich noch mal eine Soldaten. Getrockneter Pilzriegel. Oh perfekt. Alles mitnehmen. Vorne ist schon wieder eine Falle. So was kann ich hier mitmachen? Das ist auf der Seite. Der da. Oh. Verstehe. Verstehe. Was ist wenn ich jetzt. Dann kann ich den ganz hoch fahren. Oder wie. Warte mal. Erstmal gehen wir jetzt da unten hin. Vorsicht noch. Hier sind immer wieder Fallen. Da. So. Kann ich jetzt hier? Ne. Das hat mir gar nichts gebracht. Dann muss ich den wahrscheinlich hochfahren. Vorsicht. Kann man da denn nicht hin? Kann man dann wohl nicht hin? Okay. Dann ist er da oben. Da geht auch ein Weg von da nach da. Okay. Okay. Verstehe. 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 So. Wo gehen wir denn dann jetzt lang? Der. Der wird dann wahrscheinlich den Weg nach oben zeigen. Dann gehen wir doch mal nach hier unten. Mal schauen was wir hier haben. Und das ist eine Leiche. Ich habe ein Pilzriegel? Ich habe ein Rezept für einen Pilzriegel. Warte mal. Das hier kann ich nehmen. Dann habe ich wieder mal. Ah. Leben. Max Leben. Wunderbar. Mit der verbrannter Ausdauer. Her damit. Kälteschutz. Achso. Kälteschutz. Okay. Kälteschutz. Irgendwas ist hier sich die ganze Zeit selber am verprügeln. Was? 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 Der mich erschrocken Ich hab den Halt dran getrunken Egal So Okay Eben noch kurz mal geguckt Damit ich weiß wie es aussieht Da ist noch einer Okay Jetzt bereiten wir uns passend vor Komm her Ich bin da auf so ne blöde Vase Oder was auch immer das war gelaufen Jetzt gibt's auch's mal Irgendwie hat's funktioniert Äh ja Gleichnam eines Soldaten Der hat ganz viele Feuersteine Nett So Hier ist nichts mehr Mana Mantis Ihr seid widerlich Was kämpft er? Sieht auf jeden Fall eklig aus Okay Okay So langsam die Schreckgrenze überwunden So langsam Wo kommt das? Warte mal Kann ja hier drauf klicken Warte mal Kann ja hier drauf klicken, ne? Die sind aber dumm Die sind aber dumm Die haben sich ja die ganze Zeit selber umgebracht Die haben sich ja die ganze Zeit selber umgebracht Naja Hier soll es recht sein Junge Abbauen Abbauen Oh, Schwitzsucker ist schwer beschädigt Das ist nicht gut Warte mal Nichts zerlegen Ich will das hier machen So Und ich glaube So Genau Dann falls jemand drauf geachtet hat Auf den Hebel auf dem Aufzug Boah, ich habe ewig lange gebraucht Als ich das erste Mal hier war Um was rauszufinden Der ist nämlich jetzt wieder unten Und jetzt kann ich ihn nach oben betätigen Jetzt sind wir hier oben Ich weiß jetzt zwar nicht da, wo die beiden Viecher gekämpft haben Aber Jetzt sind wir hier Oh, noch eine Falle Und können Weitergehen In die Konfluxkammern Boah Brauche ich mich da rein Ich denke schon Ich denke schon Ja Ja, ja Wir trauen uns Okay Ich habe Ich stehe ultra unter Spannung gerade Weil ich Schiss habe, dass hinter jeder Ecke jetzt irgendwas lauert Ich bin gerade so tief in dem Berg drin Na, ich nehme Ausrüstung Warte mal Wasser der heiligen Linie zu sammeln Es hört sich die ganze Zeit so an, als hätte ich einen Kampf Wasserschloss, sauberes Wasser Ach, ich trinke das die ganze Zeit Manna Wiederherstellung Uh Ach so Statt, äh Dingens wieder Der fünfte Beobachter Willkommen Neige respektvoll dein Haupt Denn du hast das Ende einer heiligen Linie erreicht An diesem Ort wird die Macht der Welt dich erfüllen Wenn du es ihr gestattet ist Sich der Mana zu öffnen heißt Sich dem Geist unserer Welt selbst zu öffnen Sich der Mana zu öffnen heißt Sich dem Fluss unserer Welt zu öffnen Zaubern bedeutet Der Welt zu gebieten Sich deinen Wünschen zu beugen Wer die Magie meistert Meistert den Fluss Der uns allen wiederholt Möge die Macht der Mana dich auf den Weg zum Erfolg führen Und davor sagt er noch Wenn du bereit bist Etwas von dir dafür zu opfern Und viele schlaflose Nächte auf dich zu nehmen Heißen wir dich willkommen Möge die Macht der Mana dich auf den Weg zum Erfolg führen Ja ähm Warum sagt er das? Relativ simpel Träumerwurz Den kenn ich nicht Ähm Ich meine dass wenn man schläft Maximales Mana runtergesetzt wird So was haben wir hier Der dritte Wächter Willkommen Ich bin ein Wächter der heiligen Linie Er hat lile Augen Was ist eigentlich Mana und wie kontrolliert man sie? Mana ist die Energie die alles durchströmt Mit der richtigen Vorbereitung kannst du sie dazu nutzen Deiner Umgebung deinen Willen aufzuzwingen Indem du Zauber wirkst Indem du Zauber wirkst Für sich genommen sind die meisten Zauber eher schwach Aber zusammengenommen und in der richtigen Reihenfolge angeordnet Offenbart sich ihre Macht Wenn du deine Mana Reserven wieder aufladen möchtest Hilft eine gute Mahlzeit Besonders ein bestimmtes blaues Gemüse Das ehrlich gesagt habe ich mich daran schon ein wenig überfressen Mit der richtigen Technik kannst du Mana auch aus Dahinsiechenden Seelen gewinnen Du kannst rasten um Mana wieder aufzuladen Aber Vorsicht Deine maximale Mana Kapazität kann nur durch sehr starke Konzentration aufrechterhalten werden Wenn du schläfst wird es einige Zeit dauern bis du wieder auf deine volle Mana Reserven zurückgreifen kannst Denn schließlich verliert ein schlafender Geist die Verbindung zur realen Welt Warte Kannst du mir etwas über die Magie beibringen Um die Macht der Mana zu entfesseln Musst du ein wenig deiner sterblichen Existenz an einer heiligen Linie aufgeben Das ist ein Ort an dem Aureis Lebenskraft besonders stark ist Wie in dieser Kammer Wenn du ein Magier werden möchtest Berühre den Kristall in der Mitte der Kammer Wenn du also hinter Hierher zurückkommen möchtest Könntest du den jeweils anderen Weg nehmen Um auf andere Art und Weise hierher zurückzukommen Okay Mir ist aufgefallen Dass die meisten Magier keine schweren Helme tragen Wie kommt's? Um Zauber schneller zu wiederholen Rate ich leichte Kopfbedeckungen zu tragen Damit sie den Manafluss in deinem Körper nicht stören Schwere Helme schränken deine Magiefähigkeiten ein Oh Okay So, der dritte Wächter hatte auch einiges Aufschlussreiches Was haben wir hier? Ein Turmübeinbar Wer damit? Scheint hier auch nicht zu stören Das ist der zweite Beobachter Die Magie ist die Waffe des geduldigen Kriegers Du kannst dich nicht einfach in den Kampf stürzen Wie wild drauf loszaubern Du musst deine Angriffe vorausplanen Und den Gegnern Den Gegner in einem Kampf verwickeln Dazu ist dein Warte mal Der zu deinem Vorteil ist Denk immer daran Dass Zauber richtig kombiniert werden müssen Achso, mehr hat er nicht zu sagen Hier ist nichts Hier ist eine Küche Sephiren Ne, Sephirien Perfekt Ich war schon immer an diesem Ort Man kann förmlich spüren, wie die Mana durch den Berg strömt Okay, mehr hat er nicht zu erzählen Reinspringen können wir hier nicht Aber es sind noch Wächter über, die mit denen wir sprechen Beobachter über, mit denen wir sprechen können Das tun wir jetzt auch noch Da müssten noch zwei sein Einer steht da oben Wo ist der vierte? Das ist der vierte So Möchte er etwas kaufen? Zögere nicht in einem unserer Brotern die Oberfläche Okay, alles klar Was verkauft er? Mana kosten, Stab des Meisters Stab des gelehrten Mana kosten Also wenn ich mir das so überlege Ist der Stab des Meisters in meinen Augen schlechter Als der Stab des gelehrten Viel zu teuer Und die Mana kosten lohnen sich nicht Krass Hä? Buch um Runenzauber zu sprechen Runenzauber Astraltrank, Ausdauertrank Also gewisse andere Sachen Aber der kauft Sachen ab, ne? Den nicht, aber das da So Perfekt Dann können wir das schon mal verkaufen So Jetzt haben wir noch den Ersten Beobachter, ne? Da bist du ja Ich habe gespürt, dass jemand, der magisches Potential besitzt Auf dem Weg hierher ist Wenn du Magie gewinnen willst Musst du erst etwas geben Du musst der heiligen Linie Gesundheit und Ausdauer opfern Und im Gegenzug erhältst du Das, was du aufgegeben hast Mana Überlege dir gut Wie viel Lebenskraft und Ausdauer du aufgibst Denn du wirst sie nie wieder zurückbekommen Wenn du beides einmal gegen Mana eingetauscht hast Wirst du es nie wieder zurückbekommen Wenn du das erste Mal Mana gewinnst Gewinnst du auch deinen ersten Zauberspruch Den Funken Er mag klein und schwach erscheinen Aber wenn du ihn mit anderen Zaubern oder Komponenten kombinierst Kann er mächtig die Gewirkungen entfalten Okay, wenn wir ja so gesehen auf 100 Gesundheit wieder runter gehen Haben wir 100 Mana und 75 Ausdauer Aber erstmal Machen wir hier gar nichts Denn Die Entscheidung bleibt offen bis zur nächsten Folge Ja, vielen Dank fürs Zuschauen Wir sind jetzt bis zur heiligen Linie vorgedrungen Hatte ich gar nicht mit geplant, aber Hat geklappt Schönes Wochenende Macht's gut